Das Freenet TV CI Plus Modul. Sie haben einen modernen HD-fähigen Fernseher zu Hause, aber noch kein HD-Bild? Das ist wie eine Motorjacht ohne mehr. Geben Sie Ihrem Fernseher endlich genau das, was er wirklich braucht. Echtes Full HD. Mit dem Freenet TV Modul sehen Sie alle Top-Sender in echtem Full HD. Einfach und unkompliziert. Genau das, was Ihr Fernseher braucht. Die Installation ist ganz einfach. Stecken Sie das Freenet TV Modul einfach in Pfeilrichtung in den CI Plus Steckplatz auf der Rückseite Ihres TV-Gerätes. Und verbinden Ihr TV-Gerät mit der Antenne. Danach schalten Sie Ihren Fernseher ein und starten den automatischen Sendersuchlauf. Jetzt nur noch auf www.freenet.tv Ihr persönliches Kundenkonto anlegen und das Freenet TV Modul aktivieren. Schon ist die Installation abgeschlossen. Einfach. Besser. Fernsehen. Mit unserer einfachen Installation und unserem umfassenden Kundenservice können Sie direkt nach Kauf des TV-Moduls Ihre Lieblingssendungen in Full HD genießen. Ohne Abo, ohne Bereitstellungskosten und ohne zusätzliche Smartcard. Mit einem Fernseher mit einer aktiven Internetverbindung können Sie sogar kostenlos weitere Top-Programme, Apps und Mediatheken genießen. Geben Sie Ihrem Fernseher endlich, was er braucht. Echtes Full HD von Freenet TV. Jetzt zum Testsiegerwechsel. Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf www.freenet.tv уля Musik Frau